Seit 1999 hat Lego über 800 Star Wars Sets produziert. Das ist eine absolut wahnsinnige Menge. Und wie wahrscheinlich für jeden anderen von euch, gibt es für mich so dieses eine bestimmte Modell, was sie zwar sehr oft probiert, aber niemals so richtig hinbekommen haben. Und deswegen müssen wir heute selber ran. Damit ein herzliches Willkommen hier zum Naboo Starfighter 2023 Edition. Der Naboo Starfighter ist eins meiner absoluten Lieblingsraumschiffe von Star Wars und ich nenne ihn auch gerne den Lamborghini unter den Starfightern. Lego hat auch für dieses Modell einige Sachen schon getan. Es kam zum Beispiel das erste Modell, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, schon 1999 raus. Ich sage es mal so, das ist nicht das schönste Modell. Aber dann über die Jahre ist das Ganze besser geworden. Wir haben tollere und neuere Modelle bekommen, auch mit mehr Figuren, mehr Features dabei, sogar noch Nadroideka in dem Fall. Wir haben einen Microfighter hier in der Hand, es gibt so einen Polybag davon. Und das Beste meiner Meinung nach, es kam 2002 sogar eine Chrom-Version des Naboo Starfighters raus, die heute allerdings komplett unbezahlbar ist. Aber jedes dieser Modelle, egal ob alt oder neu, das trifft nicht ganz meinen Geschmack. Es ist zwar alles irgendwie die richtige Farbe und ansatzweise die richtige Form, aber so ganz passen die Proportionen nicht. Und naja, sagen wir es so, Chrom haben wir seitdem hier auch nie wieder gesehen. Und ganz ehrlich, das müssen wir bis 2023 ändern. Wichtig für mich ist vor allem, dass ich einen Naboo Starfighter in der Hand habe, mit dem ich auch mal rumfliegen kann, wenn ich mal wieder zufällig The Phantom Menace gesehen habe. Aber dass ich natürlich auch etwas habe, was in der Vitrine vollkommen cool aussieht, weil es eben so akkurat wie möglich sein sollte. Und dabei bin ich tatsächlich auf ein ganz bestimmtes Modell gestoßen, und zwar das von Brick Vault. Brick Vault, wer sie nicht kennt, das ist quasi ein Online-Shop für ganz ganz viele Mock-Modelle. Das sind Mock-Modelle tatsächlich von verschiedenen Künstlern. Die werden allerdings eben von Brick Vault selber nochmal gebaut und getestet. Das ist nicht wie Rebrickable oder so, wo man vertrauen muss, dass der Creator tatsächlich auch das Richtige gemacht hat, sondern die testen jedes Modell und stellen es erst dann auf die Website, wenn es eben so sicher und so akkurat und so gut wie möglich gebaut ist, sodass eben der Endkunde kein Problem mit dem Aufbau hat. Und ganz ehrlich, jetzt guckt euch mal bitte diesen Naboo Starfighter an. Wie cool sieht der denn bitte aus? Ich habe mich sofort in dieses Modell verliebt und musste es unbedingt nachbauen. Also habe ich die Bauanleitung für umgerechnet ungefähr 13,50 Euro gekauft und dann mir eben die Steine über Bricklink besorgt. Das Ganze habe ich bei sechs Shops insgesamt gemacht, deswegen haben wir hier insgesamt auch sechs Päckchen, plus ein paar Steine, die ich eben selber noch zu Hause hatte. Und während ich die jetzt auspacke, werde ich euch einmal kurz die Namen von den Bricklink-Shops sagen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie Werbung machen möchte, sondern einfach, weil ich so tolle Erfahrungen mit den Shops gemacht habe. Es war wirklich alles vorhanden. Ich habe mich sehr gefreut. Teilweise waren Gummibärchen mit drin, deswegen vielen, vielen Dank an die Betreiber. Und damit auch ein herzliches Dankeschön an Copalu Bricks, der ist es, der liebe Patrick. Der hat mich nämlich auch erkannt und hat mir nochmal extra eine Mail geschrieben, dass er mir danken möchte, dass ich damals so viele Bricklink-Videos gemacht habe, weil er daraufhin überhaupt seinen Shop erst gestartet hat. Und das war toll, weil ich jetzt eben dann da einkaufen konnte. Deswegen ganz herzlichen Dank, lieber Patrick, auch für den tollen, tollen Kundenservice. Die zweite Bestellung kam von YourBuildBox. Da habe ich, glaube ich, am meisten bestellt und der hat mich lustigerweise auch erkannt. Also liebe Grüße an der Stelle. Es waren noch vier weitere Bestellungen dabei, nämlich einmal von More Than Bricks, den KB Bricks, Steinhelm und Flow Bricks. Und alle diese vier waren absolut vollständig. Ich hatte tolle Erfahrungen damit, wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich werde euch am Ende auch eine kurze Auflistung geben, was welcher Part an diesem Video gekostet hat. Aber erstmal kommen wir zum richtig coolen Aufbau, weil darauf habe ich mich so unglaublich lange gefreut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott, meine lieben Bricksies, ich schmelze dahin. Dieses Modell ist der absolute Wahnsinn und ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer guckt euch bitte diesen Unterschied an. 1999 hatte dieses komische Kastenmodell und dann haben wir das hier in der Hand gebaut. Natürlich ein Kastenmodell, kein offizielles Consumer-Produkt, aber das Ding ist der absolute Wahnsinn. Ich bin echt glücklich, das hier in der Hand zu haben oder auch gebaut zu haben. Dieses Modell ist verdammt stabil und es ist auch verdammt cool swooshable. Ich werde mal kurz diesen Aufsteller hier unten abbauen, den kann man dazu bauen. Man hat zwei Anleitungen, also einmal eben für diesen Aufsteller und dann hat man die noch für den Naboo Starfighter. Bekommt man beide in einem Kauf. Wie gesagt, man kann aber auch nur den Naboo Starfighter bauen und den irgendwie so hinlegen oder so. Dieses Naboo Starfighter-Modell ist das absolut genialste MOX-Set, was ich jemals gesehen habe. Es gibt unglaublich viele davon eben draußen, also auch verschiedene von Brick Vault oder eben auch verschiedene andere MOX, die echt gut sind. Aber das hier, das ist absolut mein persönlicher Favorit. Ein paar Dinge, die mir am meisten gefallen in dem Set, ist zum einen natürlich, dass es 100% akkurat ist oder zumindest 95%. Legos-Sets sind jetzt nicht wirklich akkurat gewesen, deswegen habe ich da mal gesagt, okay, das ist ein nettes Play-Set, aber so richtig schön sieht es dann nicht aus. Aber guckt euch alleine mal an, dass sogar hier vorne diese Flügel ein bisschen angewinkelt sind, nur um so rauszustehen oder auch, dass hier unten dieses Teil angewinkelt ist, nur um komplett hier oben dann mit diesem Slope da vorne verbunden zu werden, nur um eben diesen Curve und diese Spitze erzeugen zu können. Ich finde, das sieht wahnsinnig aus. Auch hier drin ist es teilweise etwas fragil gebaut, aber es fällt nicht auseinander und es hält eben, oder beziehungsweise es sieht eben trotzdem noch richtig gut aus und auch dieses Cockpit, wenn man das schließen kann, es passt einfach alles eins zu eins. Und an der Stelle auch nochmal ein kurzer Tipp für euch, wenn ihr das nachbauen möchtet. Ich verlinke euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Dieses kleine Teil hier, das ist in der Teileliste von denen sehr, sehr teuer. Das hat, glaube ich, 5 oder 6 Euro gekostet, weil ich leider zu spät bemerkt habe, dass man auch ein komplett anderes, nämlich das Neue davon hätte nehmen können, was, glaube ich, nur 20 Cent kostet oder so. Deswegen achtet drauf, wenn ihr das selber bestellen wollt. Und der Droidenkopf hier oben, der soll angeblich auch der rote sein. Der kostet allerdings auch eben um die 8 oder 9 Euro. Und da könnt ihr einiges an Geld sparen, wenn ihr da einfach einen R2-D2-Kopf für gerade mal so 50 bis 60 Cent nehmt. Was mir noch gefällt ist übrigens, dass dieses Modell unglaublich stabil ist. Ihr habt es gesehen, ich habe es die ganze Zeit schon in der Hand gehalten, aber man kann damit eben auch durch die Gegend fliegen und auch, ja, Figuren reinsetzen und natürlich oben am Kopf drehen. Aber man kann es zum Beispiel auch an einem Flügel halten. Und das ist etwas, was ich von Moxets bisher nicht so kenne, auch dass man es einfach so hier halten kann. Das ist absolut nicht normal. Und das ging mit der ersten Version von diesem Starfighter wohl auch nicht. Deswegen hat sich der Designer einfach noch mal rangesetzt vor ein paar Jahren und diese Version dann eben daraus gemacht. Es gab schon mal eine erste Version davon und das hier eben ist die V2, also Version Nummer 2. und die sieht so unglaublich gut aus. Ich bin unglaublich geflasht. Ich wollte die erste Version schon haben, aber das hier, das ist eben ein Must-Buy für mich gewesen. Und dieses Ding hier, das sieht schon ziemlich cool aus, aber gerade wenn ich eben ein anderes Set noch mal in den Hintergrund packe, dann bekommt es halt schon irgendwie Konkurrenz, weil, naja, das hat Chrom und das hier hat keins. Aber das können wir ändern und zwar mit genau diesem Paket. Wer meinen Kanal schon eine Weile verfolgt und auch meine Mox schon ein bisschen kennt, der kennt auch den Shop Chromeblock City. Das ist ein Online-Shop, der original Lego-Teile nimmt und wie dem Namen zu entnehmen ist, die Dinger verchromt. Und das in einer unglaublich guten Qualität, sodass ich mich eben immer wieder dafür entscheide, bei ihm was zu bestellen. Und diesmal war es tatsächlich eine sehr, sehr teure Bestellung. Aber ich wusste, dass wenn ich dieses Modell nachbaue, wenn ich mich dafür entscheide, tatsächlich dieses Custom-Modell für sehr, sehr viel Geld nachzubestellen oder auch einzeln zu bestellen, dann möchte ich, dass es richtig gut aussieht. Und dieses Modell an sich sieht ja, wie ihr seht, schon sehr, sehr genial aus und ich würde es auch jedem empfehlen, das einfach nachzubauen. Aber wie cool wird es aussehen, wenn wir das hier angebaut haben, nämlich alle Teile, die hier vorne in Light-Bloosh Grey sind, einfach in komplett Chrom. Und ich sage euch, das war teuer. Ich sage euch, das war teuer. Ich sage euch, das war teuer. Excuse me, what? Wie unglaublich sieht das denn bitte aus? Also ja, das eben war schon schön, aber das hier ist nochmal eine Stufe drauf. Das hier ist mein Naboo Starfighter. Das ist das, was ich immer in der Hand halten wollte, was von Lego irgendwie nie kam. Der da hinten, der ist schon ziemlich cool, aber da kann man natürlich einige Sachen nicht machen, wie zum Beispiel eben auch eine Figur ins Cockpit setzen. Und er sieht natürlich auch nicht ganz so cool aus. Ich habe ihn noch nicht aufgebaut, aber ich habe zumindest mal die Chromteile hier und ihr könnt sehen, die echten Lego-Teile, die nehmen denen hier nichts. Also das heißt, die hier, die sind im gleichen Level oder vom gleichen Level. Das heißt, Chromeblock City, wer sie noch nicht ausgecheckt hat, schaut gerne mal in den Link in der Videobeschreibung. Chromeblock City, der macht echt cooles Zeug und man kriegt auch sogar noch immer mal ein Tütchen dazu mit Zeug, was man vielleicht oder vielleicht auch nicht gebrauchen kann. Das hier ist der absolute Wahnsinn. Ich freue mich, dass ich das gemacht habe und ihr wundert euch bestimmt, hey, das sieht ja ziemlich cool aus, aber ganz ehrlich, Patrick, wie teuer kann das gewesen sein? Es geht doch bestimmt in die Hunderter und naja, ihr habt recht leider. Wie ich ja eben schon erwähnt habe, hat die Bauanleitung ungefähr 13,50 Euro gekostet, umgerechnet. Da waren natürlich keine Versandkosten mit dabei und insgesamt für Anleitung plus die ganzen Teile, die ihr seht, also das Ganze, was ich hier habe, nur eben mit den Steinen in Grau, was ich eben vorhin gezeigt habe, zahlt ihr circa 66,90 Euro, also habe ich gezahlt, plus nochmal 32,22 Euro an Versand. Das heißt, ungefähr 99 Euro beziehungsweise 100 Euro für diesen Starfighter. Und ich finde alleine, das ist schon ein mega, mega Deal, weil das ist eben ein unglaublicher Starfighter, den man sich so auch mal ins Regal stellen möchte, hingegen zu vielleicht so manch andere Modell, was es so von Lego gibt. Und wenn ihr dann das Ganze noch Chrom haben möchtet, wie ich das eben hier gemacht habe, und ich gebe es ja zu, das sieht schon ziemlich unglaublich aus, dann zahlt ihr zusätzlich zu den 100 Euro, die ihr sowieso schon für den Starfighter bezahlt, noch einmal 130 Euro, nur für diese Chromteile hier vorne. Also das ist ein super teurer Spaß. Insgesamt liegen wir also bei 230 Euro für diesen Naboo Starfighter. Und das ist doch schon ein ganz anderes Level. Am Ende ist das hier aber ein absolut fantastisches Modell. Ist es 230 Euro wert? Ganz ehrlich, wahrscheinlich den meisten von euch nicht. Mir auf jeden Fall, weil ich ein absolut riesiger Fan des Naboo Starfighters bin und eigentlich auch diese Variante damals immer angeschmachtet habe, einfach weil sie aus Chromteilen bestand. Und jetzt habe ich eben auch noch eine Version, die zusätzlich auch noch gut aussieht und Chromteile dran hat. Also mehr geht eigentlich gar nicht besser, ist eigentlich schon gar nicht mehr möglich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass eben viele von euch auf die normalen Versionen von Lego zurückgreifen oder vielleicht auch diese Version einfach mit normalen Teilen nachbauen. Einfach weil es zum einen günstiger ist, aber zum anderen man auch dann damit spielen kann und nicht immer Angst haben muss, dass irgendetwas daran zerkratzt oder so. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Naboo Starfighter Modell? Findet ihr das auch so unglaublich cool und würdet ihr euch das auch nachbauen oder würdet ihr vielleicht sogar auf die Chromteile verzichten und das stattdessen eben in Lightbrush Grey nachbauen, einfach weil es entweder günstiger ist oder für euch sogar besser aussieht? Schreibt es mir unbedingt unten rein und schaut euch auf jeden Fall auch gerne dieses Video hier an. Da habe ich nämlich vor ein paar Jahren tatsächlich mal eine kleinere Version davon gebaut und auch das war schon ein großes, großes Spektakel. Deswegen schaut da auf jeden Fall gerne rein. Die beiden sehen nämlich ziemlich cool zusammen aus. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen und habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.